im guten tag im hohen Sinne und willkommen zu einer, ja keine Ahnung was das hier ist. Was ist das Leute, der erzählt, erklärt mal bitte. Na eins gegen eins, eigentlich eins gegen eins, und halt mit den Cases und die was für die gezogen wird, die spielt man dann auf der Map, die gerollt wird. Ja, Map wird auch noch gerollt und ja. Ja. Dv2 gegen eins, weil ich ja heute Profi bin. Ja, also eigentlich ist das unfair, weil ich bin okay, Lukas ist gut und er ist der Noob, also... Ja! Das geht halt nicht klar. Also Lukas ist gut, kann man so lassen. Ja und, also meins kann man auch so lassen? Nein, nur Lukas ist gut, kann man so lassen. Och man. Hey Lukas, führ mal kurz zu deiner Verbrennungsmaschine. Wo bist du? Ey, da wo der Typ ist, der schreit, what's going on guys. Ah ja, ich bin hier, ich bin hier, warte. Ich hatte dich fast abgeschossen gerade. Komm, komm mit, komm mit. Ich sehe schon so einen Panda, der erst hier gleich crashen wird. Nö, ich kann hier auch gerade durch die Gegend wie sonst was. Ey, hier links. Hier. Aber ich bin gleich bei euch, das weiß ich. Echt? Abseits. Er kommt von links. Abseits. Nein! Mach weg, werfen wir kurz. Alter, die Wahl ist ja mal der Hammer. Es gibt noch viel krankere Maps, Alter. Ich mag Max, das Spiel holen aus, irgendwie. Sammel die Waffe nicht von Lukas ein, der werft die jetzt irgendwo hin. Pack die Waffe weg. So. Ich hab's nicht gegeben gegeben. Was bekommen wir? Was bekommen wir? Wow. Ne. Oh nein! Und der Rocket. Oh nein, Booty. Was ist Booty? Titten? Ach, dich schon wieder. Gibt das nur drei Stück? Nein, nein, es gibt noch, ich glaube es gibt fünf Stück oder so. Ja. Oh, da ist Ron Weasley. Ja! Meist du den Typen mit dem Headset? Ne. Ich versteh das Bild nicht. Mal, guckst du dir einfach Bilder an. Wir stehen hier gerade einfach beide nebeneinander. Wir verstehen das nicht. Also ich versteh's auf jeden Fall nicht. RIP Pizza? Nein, das sind Ringe immer irgendwie. Ich check's halt nicht. Und da ist noch einer mit dem Ring. Ey, das ist Gollum mit einem Gesicht drauf. Fuck, ich weiß wo wir sein, aber ich bin viel zu viel weg. Mann! Als ob die MP hier jetzt groß wäre. Nein. Hast du das, hast du dieses, dieses Ron Bild schon mal gesehen? Nein. Und ich bin bei euch. Ich. Bin ich. Nein. Doch, nur nicht. Ey, dass du wieder hier den rutschen Demitort hilfst. Nein! Er hat nur noch 50, Lukas. Doch, bin ich. Luca, ich hoffe dir die Waffe anzugucken. Der ist ja gleich schön. So, ich hör dich schön. Ich hör dich schön. Ja. Wie, der ist hier überhaupt nicht? Wo ist er denn? Linksern, wo war der? Bleib doch mal leise, Marc. Der ist da gar nicht. Ja. Man kann sich jetzt übrigens auch bewegen. Mit VRSD. Oh, die Wale sind echt schön, ey. Ja, ne? Genau. Weil dann müssen sie sterben. Ja. Warte. Warte. Nein. Was? Nie im Leben. Nie im Leben. Nie im Leben. Was? Alter. War das? Du drehst dich um und direkt headshot. Warte, ich pack die Waffe hier in die Ecke. Ich greife die Ecke. Alter. Ja, pack die weg, Lukas. Pack die weg. Wie kann ich mich so auf den Boden legen und... Wir spielen. Wir spielen. Wir spielen. Wir spielen. Ich pack die doch mal weg, Lukas. Ja. Nein. Nein. The Craig. Alter, der Skr... Alter, mein Origami, Alter. Oh, yes. Warhead Map. Hä? Was passiert denn hier? Wieso hab ich einen 170er Ping, einen 200... Hä? Ja. Arsch. Arsch, es liegt an dir. Ich hab einen 5er Ping. Ja, es liegt aber trotzdem an dir. Ja, guck mal, weil wir beide so pinggen on fire halt. Witzig hasch. Warte mal. Ja, warte mal. Hä? Aber ich hab ganz mal einen Ping. Hä? Läu, lieber! Oh, Mann. Geht's jetzt wieder? Nein. Guck mal auf den Ping. Ähm. Wir warten mal ganz kurz. Ähm. Ich denke, du immer gewinnst. Ähm. Ah, jetzt geht er runter. Jetzt geht er runter. Ja. Langsam aber sicher. Ich hab Waffe weg. Nein. Das ist Waffe. Es ist einfach Marks Waffe. Es ist einfach Marks Waffe. Ich spiel die nie. Weil's ein Auto ist. Jetzt ist er unten. Es hat gewonnen. Äh, äh. Oh. Nein, nein, nein. Auf den zweiten. Arschloch. Aua, 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 aua. 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 Nein. Ich wollte ihn messern. Ich bin hinter euch gespawnt. Ich bin hinter euch gespawnt. Das Tor. Und du sagst sie so jetzt schnell runter zu dehnen. Überraschend. Aber nein. Ich bin auf der falschen Seite runter. Oh, Waffe weg. Äh, Ping. Hallo. Waffe weg. Ping hat keine Lust. Ah, Ping geht wieder runter. Keine Ahnung. Intel ist irgendwann wieder broke. Ah. Ey, mir fällt auch für die M4A4 kein Skin oder liegt das am Spiel? Nein, liegt an dir. Oh. Ah, hier ist Ron. Da kann ich also meine 15 Dings. Ja, genau. Ah, da bist du. Jetzt weiß ich aber, wo ich meine 15 Cent reinstecken kann. Ihhh, so ein ekliger, schleimiger. Das ist Lucas Buck mit oragischen Haaren hier. Daniel Ryan mit... Jaaaa. Kleiner. Da ist Ron. Ähm. Nein, da ist er nicht. Wo ist Mark, ist die Frage. Da ist Ron. Rechts. Das ist er gar nicht. Nicht da, nicht da. Rechts, 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 rechts. Da ist Ron. Oh. So, nochmal kurz restarten hier. Äh, Mark, du musst dich noch einmal Escape drücken und dann nochmal auf Team WLG. Ey, warte, ich habe eine Idee. Ey, Lukas, die Pallet ist eigentlich, dass wir zusammen 1 zu 7 haben und er 6 zu 2. Was für eine Idee hast du, Lukas? Ähm, wir spielen unsere 1 gegen 1 Map zu dritt. Okay. Kann man das als frei für alle einstellen? Ja. Ja. Ja, dann lass das machen, bitte. Rausgehen und zack. Also jetzt hier rausgehen. Ja, warte. Warte, nein, 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 Mark, bleib drin, bleib drin. Ja. Mark, drück nochmal Escape und nochmal Team WLG und nochmal Terroristen machen. Okay. Hast du's? Ja. Nein! Kannst du jetzt spielen? Nicht Revolver! Ja. Wir kommen gleich raus, Lukas. Warte. Ja, das dauert nicht lange, bis er mich getroffen hat. ne, die Schüsse kommen nicht an, Alter. Er ist so. lord. Ey! Nicht töten. Nicht töten auf einer 1 gegen 1, sagt sie zu mir nicht töten. Wo bist du denn? Hack? 90 Grad? 90 Grad? Oh! Nein! Nein! Ich hätte mit Facecam, ey. Das war eine. Das war kurz eine Runde machen, Mack. Eine geht noch. Was war das denn? Alter, wie hast du das gemacht? Immer noch. Durch die Tür unten kommt man auf den Spawn von den anderen Leuten. Echt? Ja. Darf du Rock wieder kurz gewesen? Nein! Nein! Nicht die Mag7! Auf der LSD-Map! LSD? Oh je, Alter! Fuck, wir sind vorbeigelaufen, Mack. Und schon wieder. Oder was? Das ist nicht. Wo bist du gerade? Sag mal. Wir wollen jetzt mit Lukas spielen. In einer Ecke. Alter, kämpf doch nicht in einer Ecke, Mack. Du musst dich schon bewegen, ne? Ich bin ja gerade hingegangen zu einer Ecke. Hey, 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 hey! Nein! Okay, komm. Geh raus, Mack. Und entschieden, okay? Okay. Okay. Okay.